Nicht nur Bundeskanzlerin Merkel, auch der damalige Kanzler Schröder soll Opfer eines Lauschangriffs geworden sein. Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung haben ergeben, dass auch Schröder vom US-Geheimdienst NSA abgehört wurde. Anlass war offenbar, dass er sich 2002 gegen den Irakkrieg gestellt hatte. Die Recherchen koordiniert hat Georg Maskolo. Herr Maskolo, was hat denn die NSA alles erfasst? Nur mit wem Schröder telefoniert hat oder auch ganz konkrete Inhalte? Es gibt Hinweise darauf, dass es bei Schröder nicht anders gewesen ist als bei Merkel auch. Manchmal erfasst die NSA ausschließlich Verbindungsdaten. Also wer hat mit wem gesprochen? Im klassischen Bereich der Spionage tun sie das aber üblicherweise nicht, sondern hören sie die Gespräche ab, sie lesen Faxe mit oder E-Mails. Also sie wollen wissen, was der Inhalt einer Kommunikation ist. Waren es bei Schröder auch Faxe und E-Mails oder nur die Telefonate? Das wissen wir bis heute nicht, weil die entsprechende ihn betreffende Karte nicht aufgetaucht ist. Aber wir hoffen natürlich, dass aus dem Snowden-Bestand und weiteren Quellen mehr Aufklärung in der Zukunft möglich sein wird. Ist denn diese neue Erkenntnis über die Überwachung Schröders etwas, was das deutsch-amerikanische Verhältnis jetzt noch zusätzlich belasten könnte? Ich würde sagen, es ist schon ganz ordentlich belastet, wie wir zuletzt am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesehen haben. Das ist ein weiterer Baustein, der die Bundesregierung sicher dazu bringen wird, noch einmal zum wiederholten Mal den Amerikanern zu sagen, In dieser Geschichte muss es Aufklärung geben und vor allem muss es Garantien geben, dass diese Form von Spionage jetzt endet. Wie sehen Sie das denn? Tut die Bundesregierung derzeit genug dafür, dass das Ganze ein Ende hat und aufgeklärt wird? Die Bundesregierung hat zwei Phasen gehabt. Eine, in der sie nicht wahnsinnig viel getan hat. Ich glaube, inzwischen ist sie aufgewacht. Am Ende wird nur helfen, nach meiner Überzeugung, wenn die Kanzlerin selbst in der Sache noch einmal mit Präsident Obama redet. Und selbst dann bin ich nicht allzu optimistisch. Und was glauben Sie, was kommt da noch? Werden wir von noch mehr Ministern erfahren, dass Sie auch abgehört worden sind? Alles andere würde mich wundern. Man weiß, dass das Auftragsbuch der NSA, Zehntausende, manche sagen Hunderttausende von Namen und Objekten umfasst, Regierungen beispielsweise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit Merkel und Schröder am Ende der deutschen Liste stehen, sondern wir stehen am Anfang. Wir sind sehr gespannt, was Sie da noch herausbekommen. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Georg Maskolo. Gerne.